Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel Howard Cartondale mit seinem Riesenhit Hello Again. Wenn der den amerikanischen Markt jetzt nochmal erobern wollte, wie würde der Titel denn hier heißen? Ja, und die zweite Zeile. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Genau. You, I want to see you today again. Ja. Hello again. Aber das wäre eigentlich für ihn. Lass uns seine letzte Amerika-Tournee planen. Ja, und auch finanzieren. Ich meine, er kann ja auch. Also, entschuldige mal. Meinst du, das ist ein Zuschussgeschäft? Nein, nein, der geht ja ab wie ein Zeppchen. Guck mal, erst mal, er ist ja englischer Muttersprachler, weil Südafrikaner. So. Das wird er immer wieder vergessen. Ja. Und dann ist er ja so ein derartiger Golfprofi, der ist ja so ein guter Golfer, dass mal Folgendes passierte bei Wetten, dass, weil er ja bekanntermaßen so ein guter Golfer war und früher auch Zehnkämpfer in seinen jungen Jahren in Südafrika, ist er gegen den, irgendeinen deutschen Meister oder so, oder Europameister, ich glaube, deutscher Meister, im Golf angetreten mit einem Abschlag. Und zwar, da gibt es ja so Geräte, da kann man das simulieren, dann schlägt man den Ball ab und dann steht da irgendwie, was weiß ich, 180 Meter, bang. So, jetzt tritt der Weltmeister an und haut schon mal 188 Meter und Haui ist dran und Tommy Gottschalk, hier unser Haui, er hat einen Bums, er hat nicht nur eine gute Stimme und hier der Abschlag und Bumm und Haui ist aber sofort so 206 Meter. So, alle runzen in die Stier, das kann ja wohl nicht sein, so Haui, Freizeitsportler und der deutsche Meister im Golf. Also, das Gerät nochmal überprüfen, hier kann ja irgendwas nicht stimmen. Nein. Also, man macht es nochmal, dann der Profi, Golf-Profi, ich sag mal 187 Meter, Haui, 218 Meter. Ja. Er war einfach definitiv besser als der Profi-Golfer. Das gibt es doch alles. Ja, das ist einfach so schön. So ein Mann, der muss doch Fans haben in Amerika. Ja, und ich meine, Golf ist hier so groß, Golf ist so einen Breitensport auch, das, ey, das musst du auch mit Hello again, was heißt finanzieren, ey, wir schenken ihm das zum 90. Ja, ich wollte es gerade sagen und ein Deutschkurs ist obendrauf. Ja, ich glaube, das bringt nichts mehr. Nee, das hat das. Ey, ich sage dir. Wir sollten viel lieber, ich sollte viel lieber an den Text für ihn arbeiten, der nur aus Schlauten besteht, wie wir das schon mal geplant haben. Ja. Ich habe die Küche gewischt, du, ich möchte dich nicht wischen, weil ich nicht weiß, was. Und das wäre, glaube ich, viel, ey, das ist sensationell. Ja, natürlich, ey, wir räumen nochmal ganz groß ab mit dem Mann. Er ist doch auch so ein guter Elvis-Parodist. Ach, das war mir unbekannt, aber er kann ja wahrscheinlich alles, ne? Ja, 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 und was ich auch so toll finde, er ist jetzt, er trägt jetzt auch, damit man nicht sieht, dass der Hals praktisch, also damit man sieht, dass man kein Kinn mehr hat, also wenn man den Schal weglassen würde, würde man das Kinn nicht mehr, also der Hals ist praktisch, geht vom Kinn direkt in den Hals und diese Leute tragen irgendwann immer so einen Schal, das finde ich immer sehr angenehm. Ja, und zwar auch im Sommer bei 30 Grad. Früher hieß es Stammfettsucht, heute sagt man so Hefeerker, wenn man so dem Alkohol recht zugewandt ist, dann werden ja die, wie heißt das denn, das viscerale Fett umschließt dann die inneren Organe und dann wächst man so nach vorne raus. Man betritt einen Raum und ist aber schon eine Minute vorher da mit dem Bauch. Ich glaube, das, was ihm am Bauch fehlt, hat er am Hals. Ja, irgendwo muss es hin, ne? Ja, irgendwo muss es hin. Von einem schönen Menschen gibt es nie genug, oder wie war das? Nein, und er ist nun auch wirklich einer, er ist einer unserer Schönsten, er ist einer unserer Erfolgreichsten und wir sagen hier ganz bewusst, Howie, wir machen es. Ja, und mir kommt gerade in den Sinn, dass die Mutter von Micky Beisenherz ja auch der größte deutsche Fan ist. Der weibliche Howard Carpendale von Karstrup. Ne, sie ist ja Fanin und wenn Howie dann mal irgendwo wieder auftaucht bei Florian Silbereisens Frühlingsfest der Rockmusik oder wie das heißt, dann wird im Hause Beisenherz die Couch auch mit näher an den Fernseher gerückt. Ach, ist das schön, ne? In der weißen Hölle von Karstrup. Ja, genau. Bei den Ewings. Bei den Ewings von Karstrup, ja. Ich dachte gerade schon, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass du sagst, seine Mutter sieht aus wie Howard Carpendale. Nein, 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 sie ist immer noch hochattraktiv. Hochattraktive Frau. Ja, natürlich. Bitte dich. Natürlich. Ach man, jetzt sind wir sofort hier mit dem Fachgespräch eingestiegen. Ich grüße dich, mein lieber Till. Das gibt's doch alles gar nicht. Ja. Wo erreiche ich dich? Ich sitze hier gerade, der Übersetzer versucht gerade meine Übersetzung, also der Übersetzung, also ich lese es jetzt einfach. Ich grüße den Miami Flip, den Flutschfinger Latino, El Capitano Comedia, Del Mundo, Los Gigantos, Vamos a la Playa, Mr. No Tengo, Dinero, Chupa de la Poia, Atze, Shoulda. Das hat er gar nicht alles übersetzt bekommen. Chupa de la Poia ist auch nicht einfach. Nein. Da sind schon ganze Klasse von Dolmetschern dran gescheitert. Ja, 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 absolut. Wusstest du, dass für Chupa Chups, für diese Lutscher, dass das Logo von Dali ist? Nein. Ja. Ja, ja, bitte. Ach Gott. Ey, Hochkultur, es ist, es ist eine reine Hochkultur. Absolut, absolut. Ja, ja, ja. Salvatore Dali, der hinterher übrigens eigentlich gar nicht durch seine Kunst reich geworden ist, sondern Lizenzen gekriegt hat vom ZDF für die Show Dali Dali. Ich wollte ihn gerade bringen, aber genau so war es, genau so war es. Wer sich nochmal in diesem Sommer, und da sind wir schon bei den ersten Urlaubstipps, Richtung spanischer Sonne bewegt, in der Nähe von Girona, oder in Girona, gibt es das Dali Museum. Sehr empfehlenswert und hat ja eben nicht nur gemalt, sondern auch war ja ein bildender Künstler. Kann man nur empfehlen. Ansonsten fliege ich mit meinem Amanda Learjet, um mal wirklich alle miesen Wortwitze aufzufahren, die ich für diesen heutigen Nachmittag zur Verfügung habe. Entschuldige bitte. Ich kann mich nur in aller Form entschuldigen. Ja, ja, ja. Aber ich stehe gerade ein bisschen unter, ich weiß es nicht, ich habe mich die letzten Tage so mit The Who beschäftigt und Pete Townsend und Keith Moon. Und keine Angst, es wird jetzt nicht musikalisch oder sowas, sondern der Drogenkonsum von Keith Moon ist wirklich so dermaßen extraorbitant, dass man wirklich, ich habe gerade so einen Ausschnitt gesehen auf YouTube von so einer Show von 1973. Da heißt es, er habe im Vorfeld, im Vorfeld der Show einfach eine Dose Ketaminpillen geschluckt. Ach, wie schön. Das ist, glaube ich, ein Tierbetäubungsmittel, glaube ich. Ja, ein Pferdebetäubungsmittel, ja. Ja, davon hat er so eine kleine Pillendose geschluckt und hat ihn mit einer Flasche Brandy runtergeschluckt. Ey, was ein verdammtes Genie, oder? Er wollte auf Nummer sicher gehen. Ja, und du wirst es nicht glauben, nach 30 Minuten in dem infernalischen Lärm registrierte Pete Townsend, dass da gar keiner mehr die Trommeln spielt. Er war ja einfach kollabiert. Aber jetzt kommt das Schönste einfach. Die Roadies, rustikal wie man damals war, haben die die Roadies einfach unter die Dusche geschleppt und haben einfach die kalte Dusche angemacht. Und siehe da, er kam wohl wieder zu sich, stürzte wieder auf die Bühne, wollte Townsend irgendwie noch an den Kragen gehen, hat sich dann aber doch nochmal ein bisschen an das Schlagzeug gesetzt, um dann einfach mit einem, ein paar Minuten später, einfach erneut in die Trommel zu kollabieren. Aber diesmal für längere. Und Townsend völlig gelangweilt und genervt vor allen Dingen, genervt, schreit so ins Publikum, kann hier irgendjemand trommeln, müsste allerdings ziemlich gut sein. Aber jetzt stell dir mal vor, ich bin so fasziniert, du nimmst einfach so eine, dir reicht irgendjemand so eine kleine Pillenpackung Ketamin, so Elefanten-Tranquilizer und der überlegt noch nicht mal, ob er eine oder eine halbe nehmen soll, sondern so packt sich die ganze Schachtel so in die Hand, schüttelt das aus und spült das mit einer Flasche Brennung. Es waren andere Zeiten, oder? Ja, 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 das ist wirklich, bitte nicht nachmachen. Nein, liebe Kinder, bitte. Ich weiß noch, wie Markus Heidemanns es geschafft hatte, an allen vorbei sozusagen, am ZDF und auch Markus Lanz vorbei, Lemmy Kilmister in die Sendung Lanz einzuladen. Oh Gott, das geht super gut. Und das geht wirklich, das geht nur auf Heidemanns zurück, weil wer soll denn sonst noch auf die Idee gekommen sein, ne? So, und dann, was keiner bedacht hatte, Lemmy hatte ja schon lange die Knie kaputt und er war so im ersten Stock untergebracht. Jetzt war er eh schon stinksauer, dass er da die Treppe gehen musste und saß da als erster Gast direkt neben Markus Lanz und Markus Lanz holt aus, habe ich glaube ich hier schon mal angedeutet, und sagt, Lemmy Kilmister, niemand wird bestreiten, dass sie, die meisten Frauen, die meisten Drogen, die meisten Alkohol, exzessives Leben, wie hält man sowas aus? Und Lemmy guckt die so missmutig an und sagt, Junge, ich werde es dir nicht verraten, du würdest dran sterben. Und das sind natürlich die alten Recken, ne? Letztendlich ist er auch dran gestorben, machen wir uns nichts vor. Nein, natürlich nicht, aber wo du gerade saß, Lemmy, ich habe, ich weiß, ich glaube, das war es vor zwei Tagen, da sitze ich hier auf dem Sofa und Sepp so zum Abschließ, ich meine, es wäre Sonntags sogar gewesen, und bevor ich die Glotze ausmahle, dachte ich, ach komm jetzt hier, Sepp noch mal einmal durch, vielleicht läuft ja irgendwo noch mal Mosaik, eine Wiederholung. Genau. Des Seniorenmagazins. Essen auf Rädern, der große Vergleichstest. Ja, auf jeden Fall, Sepp ich so, und auf einmal bleibe ich, du erinnerst dich selig, der Musikladen. War ja eine Sendung von Radio Bremen, legendär. Uschi Obermeier, nee, wie hieß sie noch? Uschi, Uschi. Nerke. Uschi Merke. So, und später wurde die Sendung in den 17. Ja auch gerne geguckt, weil einfach leicht bekleidete Damen, völlig unmotiviert. Stell dir das mal vor, bitte. Ja, zu irgendeinem Act, und diesmal war es so, Frankie Goes to Hollywood präsentiert und relaxed in einer unfassbar arroganten Playback-Version. Das heißt, sie kümmerten sich auch wirklich einen Scheiß, ob das alles Lippensynchron ist. Ja. Oder der Schlagzeugerauto extra in die Luft. Ja. Und dazu räkelten sich zwei leicht bekleidete, die also versuchten, die wirklich, wo es selbst mir klar war, die sind auf jeden Fall nicht heterosexuell. Ja. Und machten die aber an ohne Ende, also bestrumpfte Damen mit High Heels und was weiß ich nicht alles. Ich gucke mir das ganze Zeug an und denke einfach, das gibt's doch einfach gar nicht. Das ist damals einfach abgenommen worden. Sowas wurde gesendet. Danach kamen aber eine gewisse Kirstie McCall und präsentierte ein komplett, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal, wie der Song hieß, ich fand den einfach nur dämlich. Und ich gucke mir die ganze Zeit den Gitarristen, ja, pass auf, das kommt doch besser, der Gitarrist steht im Hintergrund und drischt gelangweilt auf einer nicht angeschlossenen E-Gitarre rum. Und ich denke noch, ich sag noch zu meiner Gattin, mein Lieber, setz mal bitte deine Brille auf, täusche ich mich da oder ist das Lemmy Kilmister? Der sieht aus, dieser Vogel sieht aus wie Lemmy Kilmister, ne? Und? Und ey, er war's, er war's, ey, er hampelt da mit dieser Kirstie McCall, wo meine Frau dann auch sagt hat, die hatte doch mal einen Hit, das war doch so ein Teenie, ich hab keine Ahnung, ob Lemmy die zu der Zeit durchgebügelt hat oder ob das seine Muse war, keine Ahnung, weil Lemmy stand hinter ihr und drosch auf so eine Tele ein und simulierte wirklich ein allerpeinlichstes Playback. Und ich dachte, und dann kam Manfred Sexauer, der, Achtung, liebe Cousinen, so heißt. Stimmt, 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 das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, da hat man schon damals gedacht, ich würde mich umbenennen. Wenn das mal alles in den rechten Dingen zugeht. Ja, Moment, es kommt immer darauf an, wie man so einen Namen trägt. Wir hatten mal einen Lehrer, der hieß Ficker mit Nachnamen. Siehst du, an den Vornamen erinnere ich mich schon gar nicht mehr, der hieß Ficker. Und der trug diesen Namen mit Stolz vor sich her. Mit Grandezza. Ja, das war ein sehr charmanter, Gentleman-liker, großgewachsener, gut aussehender Typ. Und der hatte sogar auf der Wellscheibe, die man ja früher hatte, in der Mitte war ja noch so ein Feld, wo man die eigene Telefonnummer eintragen konnte. Da hatte er irgendwo ausgeschnitten so ein Bild von einer weiblichen Brust. Früher sagte man noch Titte. Und da ging es ihm wahrscheinlich nicht um die gastronomische Komponente dieses Bildausschnitts, sondern eher um die ästhetische. Und der trug das wirklich mit Grandezza vor sich her. Und der hat mich damals schon beeindruckt, wenn es dann soweit ist, dass man einfach sagen muss, ja, super, geil, oder? Ja, absolut. Das gilt für alles. Einfach, wenn es doch so ist, wie es ist, erkläre das zum Besten auf der Welt. Ja, muss man auch sagen. Und Manfred Sechauer sagt dann eben halt, ja. Und das war der Titel von Kirstie McCall und das haben wir alle gesehen, an der Gitarre stand Lemmy von Motorhead. Absurd. Stell dir mal vor, heute Florian Silbereisen, die deutsche Nacht des Schlagers. Ja. Und dann kommt Andrea Berg und im Hintergrund steht Slash und drischt zum Playback in seine Les Paul. Ja, je nachdem, was er von Andrea Berg will, ne? Ja, ich könnte ihn gut verstehen, wenn er mal wirklich wissen will, wie viel man wirklich trinken kann. Ja, weil Andrea mit ihren Corsagen da vielleicht abends schon in einer Hotelbar im Kostüm. Oh, ey, das macht ihn natürlich klar. Wenn du immer nur so einen Axl Rose vor der Nase rumtanzen hast, dann ziehst du bei so einer Andrea Berg natürlich schon vor geilheiten Bein nach. Ja, da gehst du in die andere Richtung. Vielleicht eine schöne, so einmal am Tisch gerochen, da in der Bar noch. Und da steigen die Säfte und Hormone. Und dann hat Andrea gesagt, ja mein Lieber, morgen ziehe ich dich im ersten Gang bis 80. Aber du müsstest mal kurz bei mir auf der Bühne die Gitarre bedienen. Ja, und schon was passiert. Und wären wir, dass wir da kein Verständnis hätten. Vollstes Verständnis. Unschuldslamm. Ja. Ich bin übrigens noch in Miami. Ja, was ist denn da los bei euch? Ey, hier ist so viel los, dass ich das alles gar nicht verpackt kriege. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass Miami mich mal wieder erwischt hat. Meine Schwester wohnte ja auch mal hier ein paar Jahre. Und damals war es immer schon so, wenn ich hier aus dem Flieger stieg, dann hat es mich so erwischt. Und ich wollte das diesmal gar nicht. Eigentlich will ich gar nicht, dass mich das hier alles so... Du warst ja auch gerade erst da. Ja, genau. Und im Vorfeld habe ich auch gedacht, nee, 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 nee. Also, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr. Und jetzt hat es mich so richtig gecatcht. Und du hast... Darf ich nochmal unterbrechen? Ja. Du hast ja versucht, die Dreharbeiten dann nach Dorsten an den Datteln-Hamm-Kanal zu verlegen. Richtig, richtig. Aber da hieß es ja das Problem, da müssen wir den breiter machen wegen dem Traumschiff. Das heißt, du warst schon in einer misantrophischen Laune und dann hat die Stadt dich wieder umgekrempelt. Ja, wie gesagt, ich bin hier angeregt. Wie so oft gibt es ja bei Partys auch, auf die man so widerwillig geht, wo man da... Scheiße, müssen wir da auch noch hin? Und dann stellt sich raus, ein Bombenabend. Und so ist es hier auch. Und was ich ganz vergessen hatte, jetzt war ja auch noch Formel 1 hier. So etwas habe ich natürlich gar nicht mitgekriegt, weil ich ja streng genommen privat mit Autos gar nichts am Hut habe. Und jetzt sind wir aber zufällig, das hat sich über die Dreharbeiten so ergeben, in einem der angesagtesten Hotels, Riesenhotel. Hier ist die Szene, hier ist Nightlife, I'd like to boogie on a disco, aha. Und hier sind auch die ganzen Schnellficker, hier sind die viel zu blonden Frauen. Du siehst hier mehr Silikon als in Bielefeld bei Schüko-Fenster. Aber die Typen auch. Ich denke, Mensch, ich bin noch gut in shape, habe ich gedacht. Dann gehe ich hier an den Pool und wohin du guckst. Aber sowas von Fitness, also mehr mit Sixpack als hier mit so einem Kronenbacher-Geschwür. Und dann sitze ich da und denke mir, verdammt, da quält man sich all die Jahre, trinkt nur kleine Pils. Die kurzen erst nach 19 Uhr. Kein Kartoffelsalat vor elf. Nein. Und dann kommen da so Typen, also Wahnsinn, ey. Naja, und hier gibt es so eine Rooftop-Bar. Was heißt Rooftop-Bar? Das ist ein Pool, der ist ungefähr 50 Meter lang. Der ist so, würde man sagen, vier Meter breit, 50 Meter lang. Und um diesen Pool herum ist die Cocktail-Bar und die Sunbeds und so weiter. Und da sind dann diese ganzen Leute, also alles hip, 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 Influencer aus aller Welt, auch viele Asiaten und so. Und in dem Pool, sagen wir mal, sind dann so 150 Leute und keiner schwimmt. Keiner. Und wenn ich sage keiner, dann meine ich zero. Weil alle entweder am Flirten, Cocktail trinken sind oder am Selfies machen. Und das ist auch super, weil hier kommen Frauen reinmarschiert. Klar, hier ist viel Geld. Achtung, jetzt wird es polemisch, aber ganz bewusst, weil es einfach so ist. Ich habe hier den Beweis. Hier ist viel Geld. Ich trete gleich nochmal mehr den Beweis an, weil ich aufzähle, was hier in der Auffahrt für Autos stehen. Und wo so viel Geld ist, sind auch wahnsinnig gut aussehende Frauen. Ja, wegen der charakterlichen Eigenschaften von Geld. Ganz genau, weil es beruhigt ja doch die Nerven, machen wir uns nichts vor. Ja, und bei Geld zählen ja auch die inneren Werte. Ja, und hier fängt bei Geld die Freundschaft an. Und jetzt kommen die aber nicht reingestöckelt mit so Hausfrauenpumps mit sechs Zentimeter Absätzen. Nein. Unter 14 wirst du, glaube ich, hier gar nicht reingelassen. Nicht enden wollende Beine in nicht enden wollenden Pumps auf nicht enden wollenden Fluren mit nicht enden wollenden Absätzen. Mit sehr kurzen Hauptsätzen. Aber sehr schön am Auge, das muss ich schon zugeben. Wirklich, super schick. Und das alles in diesem pastellfarbenen Bikinis und sowas? Oder ist das Klischee? Die ganze... Nein, hier ist richtig Miami, wie wir es gelernt haben bei Miami Vice. So. So, und also wirklich höchstes Niveau. Teure Klamotten, teure Frauen, teure Autos. So, und jetzt war ja noch die Formel 1. Da steigerte sich das ganze Theater nochmal. So, und dann hängst du hier in der Hotellobby ab, die auch sehr, sehr großzügig ist und tagsüber so auf vier Grad runtergekühlt. Also wenn du hier eine Jacke brauchst, es ist wirklich warm draußen. Wenn du hier eine Jacke brauchst, dann wirklich, um durch die Hotellobby zu kommen. Und du kannst wirklich, du kannst ohne Scheiß, du kannst abends locker drei, vier Stunden in der Hotellobby sitzen und nur gucken. Weil es ist wirklich wie ein Laufsteg. Wahnsinn. So, und dann kommst du nach draußen, da kriegst du natürlich einen mit der Keule, weil es so warm und feucht ist. Ja. Und dann stehen da in der Hotelauffahrt, das war der erste Abend, als ich rauskam, stehen zwei Bugatti Chiron, ein, so ein Riesen-Bendley, dahinter ein Rolls-Royce in matt-schwarz. Ja, natürlich. Und dahinter dieses unförmige Auto von Tesla, der aussieht wie so ein Kampfpanzer. Ach so, ja, ja, ja. So, und dann hab ich geguckt, ich denk, jetzt hab ich keine Ahnung von Autos, dann hab ich Töne einfach mal ein Bild davon geschickt und Töne meinte, ja, Respekt, fünf Millionen mal eben auf so wenigen Quadratmeter untergebracht. Ich denk, fünf Millionen, meine Perle konnte ich auch nicht fragen, für meine Perle ist jeder Zwei-Sitzer ein Ferrari. Ja. So, und dann stell ich fest, so ein Bugatti Chiron, das ist der Nachfolger von dem Bugatti Veyron. Ja. So, und weißt du, wie viel PS der hat? 1.500, das mach ich jetzt mal einfach. Ja. Nee, ehrlich? Der hat 1.500, es gibt noch ein Zusatzmodell, ein erweitertes Modell, der hat nochmal 100 PS mehr. Das ist aber ein Diesel. Genau, genau, genau. Und da muss man doch wirklich sagen, Malera, und so ein Auto kostet 2,4, ja, 2,4 Millionen. Ja. Das gibt's doch alles, ich wusste nicht, mir war wirklich unbekannt, dass es Autos für 2,4 Millionen gibt. Ja, ich wusste das, ich hab mich ja für den neuen Cinquecento interessiert. Ja. Und da wollte ich eine Sonderlackierung haben, aber egal, aber das ist ja Wahnsinn. Aber die Dinger wären hier gefahren wie ein Manta, oder wie eine Entel. Weißt du, der im Rolls Royce, Zigarre im Mund, junger Typ, auch sehr durchtrainiert, sehr gut aussehend, so den Arm raushängen lassen, die Zigarre in der anderen Hand und Kickstart nicht, aber schon beherzt hier vom Gelände gefahren. Ja, aber war das der Portier, oder war das der Besitzer? Das war anscheinend der Besitzer. Das weiß man ja auch nicht, weil... Ja, weil er drückte dem Portier, der den Wagen vorgefahren hatte, drückte er dann irgendeinen Schein in die Hand. Von daher nehme ich mal an. Ja, aber jetzt, wenn man das so gebündelt dann sieht. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, also das ist ja alles sehr lustig. Und ich kann mir vorstellen, dass das echt ein Fest fürs Auge ist. Ja. Das kann man sich wirklich vorstellen. Und ich sehe mich da auch schon als einzigen durch den Poolflügen. Ja, richtig. Was ja dann auch schon wieder Aufmerksamkeit erregen würde. Ja, du würdest da hier sowieso Aufmerksamkeit erregen. Während die anderen so als VIP-Gäste bei der Formel 1 eingestuft werden, kommst du doch rein und stahlst aus, mir gehört die Formel 1. Ja, ich habe natürlich dieses Bernie Ecclestone-Gen, nur bei doppelter Körpergröße natürlich. Ja, etwas größer bist du schon. Ja, aber nur, wenn ich die hohen Schuhe anhabe. Aber jetzt, wie stumpft man dann eigentlich ab? Ist es einfach irgendwann, dass du denkst, ja, okay, so ist es einfach. Ja, was heißt abstumpft? Du kannst es auch irgendwann nicht mehr haben. Dann ist so zwei Tage, ist das super. Also wirklich, also richtig super. Und auch nicht, dass man sich dann nur lustig macht, sondern das steht wirklich teilweise ja im Mund offen, weil, also Männer wie Frauen, da sind eben auch Typen dabei, wo du denkst, meine Herren, ey, das ist aber ein Hingucker. Ja, und jetzt, ich sage mal, jemand wie Mario Barth, der sich ja eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass jemand mehr Geld hat als er. Nee. Wie, der würde doch da kollabieren, oder nicht? Ja, das wird dann durch, wie heißt das im Tierreich, durch weiteres Aufstellen des Federschmucks versucht zu kompensieren, ne? Ja, Lichtraum, Profilvergrößerung. Ja, ich habe ja letzte Woche schon drüber gesprochen, welches Gerät hier im Fitnesscenter ist für mich geeignet, um sexy zu wirken. Ja, da drüben ist ein Geldautomaten, ne? Nein, und die Frage von dir ist absolut berechtigt, weil es ist tatsächlich so, du guckst dir das gerne an, hier ist jeden Abend großes Hallo, hier ist ein Schaulaufen, hier ist geile Musik, hier ist geiles Ambiente, aber so ab drittem Tag gehen dir die ganzen Schnellficker natürlich auch so ein bisschen auf den Sack, ne? Ja. Weil hier kommt nichts, inhaltlich nicht viel Konstruktives zustande. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass mit Sicherheit auch einige richtig gute Typen dabei sind, sowohl Männer als auch Frauen. Ja. Aber der Großteil ist doch wirklich, ist mit Tunnelblick dabei, hier die größte Beute davon zu tragen. Ja, auf jeden Fall Wahnsinn, ne? Weil es so emotional auch mit einem macht und dass man so dann auch Abstumpf, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, aber ich meine, jetzt besteht Miami nicht nur daraus. Es gibt so viele unterschiedliche Viertel und egal ob du in Wynwoods oder Design District oder Little Havanna, muss man auch mal hin, Coconut Grove. Es ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Aber Coconut Grove. Ja, Coconut Grove ist so ein Stadtteil, der ist sehr, der ist auch sehr europäisch geprägt. Da sind wenige Hochhäuser. Siehst du, ich habe gerade wieder so ein Aha, Coconut Grove war ein Song von David Lee Roth. Ja. Coconut Grove auf dieser Mini-EP, wo auch Gigolo drauf war. Ich liebe das, wenn ich einfach so Verbindungsstücke wieder hingeworfen kriege, wo du einfach denkst, ach ja, ach so, ach guck mal an, das ist ja toll. Ja, verdammt nochmal, ey. Ja, Miami, verdammt nochmal, das gibt es doch alles gar nicht. Aber sag mal, Klimaanlage, kannst du die denn auf deinem Zimmer auch regulieren oder ist die fest eingestellt? Die kann man auch regulieren. Man kann sie sogar ausschalten. Aber ich rate ab, weil wenn du, so wie wir eben noch einen schönen Spaziergang gemacht haben vor der Aufnahme, ist jetzt hier halb zehn morgens, stehen alle immer früh auf und gehen schon mal ans Meer zum Sonnenaufgang. Ja. Und wenn du dann irgendwann, dann wird es langsam heiß. Und wenn du dann ins Zimmer kommst, dann denkst du so, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ein Stück Hamburg. Okay, wie warm ist es? Ist es da so tagsüber jetzt im Augenblick? 30 bis 32 Grad, aber man darf, das vergisst man hier immer, dass es tropisch ist. Ah, okay. Und die Luftfeuchtigkeit, die kriegst du schon mal schnell unter das T-Shirt, dass du, wie gesagt, du kommst aus dieser vier Grad kalten Lobby raus und nach 50 Metern hast du schon echt Schweißflecken. Oh Gott, ja. Und in der, das, ich weiß nicht, ob das, ich muss mir das überlegen, aber du weißt ja, wie ich das hasse, wenn du irgendwo sitzt und du hast sofort einen Pinguin auf der Schulter, das ist, das macht mich wahnsinnig. Ey, da haben die Amis überhaupt kein Problem. Die sind einfach so aufgewachsen, die, du kommst irgendwo rein, auch ins Restaurant, ins Restaurant musst du immer ein Sweatshirt mitnehmen. Weil es ist teilweise absurd kühl, wirklich absurd, wo du denkst, sag mal, was habt ihr denn vor? Das essen wir jetzt direkt im Kühlhaus oder was? Wahnsinn. Ja. Es ist der flanke Wahnsinn und du bist mittendrin. Ich mittendrin. Und du bist unser Mann im Wahnsinn. Ja. Das ist gut. Ich sage ja immer wieder, es ist gut, dass du das alles für mich erlebst. Da kann ich mir lange genug überlegen, ob ich das mache und wenn es dann echt den Zeitpunkt, ach so, Formel 1, aber ihr habt nichts mitgekriegt von Formel 1. Ach, es war wieder wie bei Metallica. Wir hatten eine Einladung und saßen hier morgens beim Frühstück und dann alle, hier liefen die ersten schon mit den Backstage-Bässen rum und Paddocks Club und wie hat alles heißt, ne? Ja. Ach, und dann kamen schon alle möglichen SMS. Bist du auch, da sehen wir uns gleich in der Boxengasse und was weiß ich, so diese ganzen Nummern, ne? Ja. Und dann hatte ich keinen Bock. Ich hatte keinen Bock, am Pool war gar nichts los, weil alle jetzt da waren an der Rennstrecke. Ja, die ganzen Giraffen. Genau. Die ganzen Highheels-Antilopen stöckelten da. Die Silverbacks. Ja. Genau. Apropos Silverback. Ey, mir ist es natürlich, ich weiß gar nicht, ich glaube 30 Leute haben es mir alleine schon geschickt. Es war auf Instagram bei Faktastisch und Faktastisch, bitte aus dem, nicht im sexuellen Bereich verorten. Fakten, 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 Fakten. So, genau. Es geht faktastisch. Es geht auch um Fakten und da hat man offensichtlich herausgefunden, dass Menschen mit enorm vieler Körperbehaarung eben halt auch sehr intelligent sind. Gerd, du bist doch der beste Beweis, oder? Ja, sagen wir es mal so, ich habe jetzt überlegt. Damit müsstest du doch der intelligenteste Mensch der Welt sein. Ja, eben. Und du kennst mich ja in meiner Bescheidenheit. Jetzt habe ich dir überlegt, ob ich doch nochmal meine ganze Biografie neu schreibe und die Wahl annehme und wirklich sagen, ja, ich bestätige dieses Eindruckserlebnis. Es ist nur so, in meiner Schulzeit habe ich nichts davon gehabt. Ja, da ging es ja um lexikales Wissen. Wir dürfen ja nicht jetzt hier Intelligenz mit Wissen verwechseln. Achso, ja. Und unser Schulsystem setzt ja nicht auf Intelligenz, sondern eher auf, also früher war es zumindest so, auf auswendig lernen. Ja. Ja. Oh Gott, da darf man ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Gut, wenn du da drüber nachdenkst, wirst du da bekloppt. Das sage ich dir. Ja, das ist, oh Gott, im Himmel. Ja, auf jeden Fall, ich habe diese, ich habe faktastisch da nichts für gezahlt, dass die das posten. Ich glaube sogar, die haben ein altes Foto von mir genommen. Und dann drüber. Ganz sicher bin ich mir nicht. Das ist ein Alpaca an der Leine und unter dem Foto stand Hoheneder rechts im Bild. Ganz genau. Aber wenn du, ich habe gesagt, zur Authentifizierung müsste ich das Bild nur dir vorlegen. Deswegen, du hast ja nur oft genug gesehen, was da wirklich, was da wirklich los ist. Ja, vor allem, ich weiß doch, wie intelligent du bist. Also, da dürfst du ja sogar fast noch beharrter sein. Ja, ja, ich will das nicht so hoch spielen. Sicherlich, man weiß, was der höchste Welt, der höchste Berg der Welt ist. Man kennt die San Andreas Spalte. Das ist klar. Aber du weißt, ich hänge das nicht gerne so hoch. Oh Gott, ist das alles schon wieder verrückt. Ja, und wie lange seid ihr noch da? Kommt als nächstes Formel 1. Demnächst wird noch ein Hollywood oder der neue Miami Vice Film wird noch direkt bei euch vor der Nase gedreht oder sowas. Ach ja, da müsste ich aber auch dann wirklich mal mitspielen. Wobei, ist ja wirklich noch mal verfilmt worden, Miami Vice, später. Stimmt. Wer war es noch mal? Top besetzt mit, du merkst, ich will. Jamie Foxx, ne? Jamie Foxx. Als Ricardo Tubbs. Ja, und ich wollte den Film scheiße finden. Ich gebe es gern zu. Der ist ja jetzt auch schon wieder 15 Jahre alt oder so. Und der Film ist wirklich gut. Der Film ist wirklich gut. Und wer jetzt meinen Worten Taten folgen lassen möchte, aber das Geld nicht ausgeben, der guckt sich einfach Miami Vice den Film an. Okay. Der ist wirklich gut. Jamie Foxx ist ja auch ein super Schauspieler, muss man ja auch sagen. Ja, und vor allen Dingen, jetzt wirst du verstehen, warum ich mich so begeistert von dem Film. Er ist ja der größte Partymacher in Hollywood. Ah. Ja, und wenn Jamie Foxx hört, dass ein anderer Hollywoodstar eine bessere Party gemacht hat als er, lädt er sofort nach. Ah. Weil er ist so ein Firebeast. Jetzt war er letztens so schwer krank, war er monatelang im Krankenhaus. Jetzt haben alle Angst, dass diese Partys nicht weitergehen. Aber ich glaube, er plant da schon wieder ein Ding. Er ist schon wieder ein am Plan. Ey, der Typ ist einfach großartig. Der hat ja auch Ray Charles gespielt in diesem Biopic und hat ja auch alles selber gesungen angeblich. Ah, es ist, also Talent ist, glaube ich, nicht sein Problem. Nee, ich glaube, er hat sowieso wenig Probleme. Ja. Ich sehe gerade, von 2006 ist der Film, naja, guck, 18 Jahre alt. Ey, topf. Wirklich zurücklehnen, zu Hause den Film einschalten und zwei Stunden Urlaub machen. Herrlich. Colin Farrell und Jamie Foxx, ja. Ach, Colin Farrell hat Crockett gespielt? Ja, hat ihn auch super gespielt. Super, super, super. Ich finde sogar, dass er den etwas besser gespielt hat. Okay. Ey, mit Colin Farrell habe ich jetzt zwei Filme, einmal Brügge sehen und sterben. Oh, auch toll. Sehr skurril, man muss wirklich dranbleiben. Ja, ja. Und dann gibt es noch ein, ah, wie heißt der nochmal, Banshee, mit derselben Paarung an Schauspielern, Colin Farrell, Banshees, ach, ach, wo die da in Irland befreundet sind. Ah, ja, 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 ja. Und der will dann auf einmal nicht mehr befreundet sein und hackt sich dann immer einen Finger ab, wenn der andere ihm zu nahe kommt. Wirklich sehr skurril. Muss man wirklich dranbleiben. Verdammt nochmal, wie heißt denn der? Es liegt mir gerade auf der Zunge. Es ist ein Inisirin. Genau. Du traust dich was. Banshees of Inisirin, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, entschuldigt bitte, liebe Iren, ich wollte hier keine Gefühle verletzen. Auf jeden Fall, Colin Farrell ist auch echt ein ziemlich guter Schauspieler. Und der andere, genau, der andere heißt Brandon Gleason. Ja. Die beiden, den kann ich dir nur fähren, Banshees of Inisirin, den musst du dir angucken, ich glaube, das ist dein Ding. Ja, 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 mach ich. Du hast mich ja eben gefragt, was als nächstes kommt hier. Ja. Und ich muss ja gar nicht sagen, ich weiß, ich werde ja jetzt immer schon beschimpft. Leute, ihr müsst jetzt stark sein. Ich bin noch in Miami, aber es geht jetzt für zwei Wochen nach Nizza. Weil? Ich will, dass für mich Pfingsten die Sonne scheint. Also das ist der Grund. Romantiker. Ich würde jetzt gerne sagen, ich drehe nochmal mit Pierre Brice, weil ich liebe den Rottwein. Aber es gibt ihn ja nicht mehr. Was soll ich machen? Nein. Und Alain Delon, die ganzen alten Kumpels, weg. Ja. Alain Delon ist, glaube ich, dement. Kann sich an nichts mehr erinnern, was wir eben alles erzählt haben. Ja, so kann es gehen. Altern ist nichts für Feiglinge, sagt man immer wieder. Und irgendwie kommt mir das auch logisch vor. Darum geht es. Entweder würde altern und möglichst nicht krank werden. Aber man hat es ja, tja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, man hat es nicht in der Hand. Zum Teil hat man es in der Hand. Doch, doch, finde ich auch. Wenn du Ketamin eine ganze Dose nimmst und mit Brandy runterspülst, da kannst du nicht drauf zählen, dass du als 92-Jähriger noch zu den Superfitten zählst, oder? Nee, absolut. Er ist auch, glaube ich, nur 32 geworden, der gute Kief. 32, um Gottes Willen. Ja. Selbst meine ältesten Kinder sind schon älter. Ja, ja. Das muss man sich immer hier vor Augen halten. Ja, ja. Es ist... Moment, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ist denn nicht morgen dein großer Auftritt in Osnabrück? Nee, der war... Ja, also sozusagen, wir nehmen ja jetzt auf, also wenn es gesendet wird, ist alles schon gewandt. Aber ich sitze hier gerade schon mit dem Notenheft und... Der Mundorgel. Ja, genau. Und versuche mich daran zu erinnern, welche Griffe wo auf dem Griffbrett hinkommen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so bunte Fingernägel mache, weißt du, so weiß, rot, gelb, schwarz. Und dann auch auf das Griffbrett aufmale, damit ich weiß, wo ich die Finger hinsetzen muss. Ja, ich würde das empfehlen. Aber solange du das machst, hältst du dein Gehirn ja auch so ein bisschen am Laufen. Ja, absolut. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch wegen der Gesundheit von Jägermeister auf Fernet Branka umgestiegen. Ja, und Fernet Branka wird ja hier in den USA den Kindern als Augentropfen verabreicht. Jaja, Jägermeister ist einfach zu viel Zucker. Das ist einfach, das ist nicht gut. Ja, obwohl auch ein Kräuter, ein Kräuter ist ja quasi Bio. Aber Fernet Branka ist ja bitterer. Ja, bitterer und das ist nur Kräuter, sozusagen. Ja, das ist ja ein Gesundheitsdrink. Ja, also wenn du mich fragst, ist da, man kann natürlich irgendwie so bei, was weiß ich, so Tete-Sepp-Tropfen kaufen oder Iberogast. Man kann aber auch einfach eine Ferne trinken, wenn du mich fragst. Ja, im Prinzip ist das ein Salat zum Trinken, oder? Zum Salat geht es auch sehr schön. Ja. Zusammen mit Chicorée hat man gleich die richtige Bitternote. Chicorée, ja. Meine Perle hatte auch mal einen Chicorée, der ist relativ alt geworden. Chicorée ist ein ganz berühmter Jatzmusiker. Ich wusste, dass ich nicht damit kriege. Chicorée. Genau, ich hätte gerne Chicorée. Oder, nee, warte, schauen Sie mich mal an. Ja. Ach, Sie wollen Chefsalat, das ist richtig. Ja. Die Filmfestspiele sind auch dieses Jahr wieder in Cannes, kann aber auch Nizza sein, oder? Also, wo sind die Filmfestspiele nochmal? Sind die jetzt nicht auch zu Pfingsten dann immer in Cannes? Ich bin nicht informiert, weil ich auch da nicht hingehen werde. Ja. Ja, aber es tut mir alles sehr leid. Aber auf der Croisette, heißt das nicht Croisette? Das ist doch so, was man immer für Namen gibt. Ja, 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 aber es ist wirklich, ach, ich habe so ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Cannes und die Croisette, weil irgendwie ist das ja auch todlangweilig. Ja, ich muss es einfach so sagen. Ja. Außerdem habe ich da in einem Fischlokalhaus verboten. Ja, dann reden wir an dieser Stelle überhaupt gar nicht weiter. Es ist nämlich immer die Bootsmesse. Es gibt die Cannenbootsmesse. Und die hat mich natürlich in den letzten Jahren mehr interessiert als alle anderen Messen da. Die Me-Dem ist auch da, richtig? Ja, genau. Aber mich hat immer die Bootsmesse interessiert. Und da war Ketamin, glaube ich, da auch das kleinste Problem. Der Name ist allein schon Ketamin. Elefanten-Tranquilizer. Ketamin zum Frühstück, Kokain im Fahrstuhl, du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Meine Damen und Herren, ein Titel von Hoffmann und Hoffmann, die Rückversicherer, meine Damen und Herren. Aperol im Fahrstuhl, Ketamin zum Frühstück. Ach, Till, uns läuft die Zeit weg. Sag mal, hast du, jetzt indiskrete Frage, hast du da irgendwo eine Gitarre rumstehen? Also zufälligerweise... Nimm sie doch mal bitte in die Hand. Ja, einen Augenblick, ich schlage gerade mal ein Ping-Ping. Zwei, drei, vier. E-Mail und die Detektive. Aber wie laut muss eigentlich eine Band spielen, dass man nicht mitkriegt, dass der Schlagzeuger nicht mehr spielt, ist auch übrigens interessant, oder? Ich glaube, Pete Townsend, der Gitarrist, war zumindest in der zweiten Lebenshälfte nicht mehr für sein feines Gehör berühmt, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Er war doch fast daugt, oder nicht? Ja, 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 definitiv, definitiv. Aber gut, wen wundert das alles noch? Ich sage immer, da darf man sich auch nicht wundern. Nee, und wie sagst du noch immer, die Schuld auch ruhig mal beim anderen such, ne? Absolut. Wir haben, ey, wir haben, jetzt hier war ja hier Geburtstagscafé, Tafel und sowas alles, Kinder, Geburtstag und so weiter. Und da sitzt man ja zusammen und da werden so die alten Geschichten erzählt. Und meiner Mutter, der war das gar nicht klar, dass ich mit zwölf schon geraucht habe. Und mit vierzehn immer schön zum Pilz trinken nach Dortmund-Persebeck gefahren bin. Dortmund-Persebeck, das klingt auch wie ausgedacht. Ja, aber das Schönste ist, dass das einfach ging mit zwölf und vierzehn, wo man heute wirklich kopfschüttelnd daneben sitzt und sagt, ey, das gibt's doch alles gar nicht. Was ist das für eine Gesellschaft gewesen? Ja. Wahnsinn. Ja. Wo man, wo sich 13- bis 14-Jährige Samstagnachmittag in die Kneipe sitzt und der Wirt einfach ein Pilz nach dem nächsten dahin steht. Ja, und es gab diese Kneipen, wo du wusstest, da fragt keiner nach. Ja, absolut. Ja. So bin ich vom Pilz weggekommen. Naja, traurig bin ich deswegen nicht. Ja. Ich lese hier mal eine Zuschrift vor. Ja, bitte, bitte, ich höre einfach einmal zu. Ja, welche nenne ich denn? Ach, die von Markus gerne, die ist doch ganz schön hier. Cousine Markus hat uns geschrieben, Mahlzeit, liebe Erlöser-Cousinen, in der letzten Folge habt ihr darüber sinniert, wie alles im Lot ist, wenn die Kinder das Herz am rechten, also korrekten Fleck haben. Genau dazu hat sich bei uns in der Familie eine Geschichte zugetragen. Meine 10-jährige Tochter und ich tragen mitunter den ein oder anderen Bev aus, also Beef, bei dem wir uns nicht selten gegenseitig in den Wahnsinn treiben. Vor ein paar Wochen wurde mir aufgrund einer familiären Herzkrankheit auf Anrat des Kardiologen ein subkutanter Defibrillator eingesetzt. Nach der OP hatte ich Panikattacken und Angstzustände aus Angst, dass ich aufgrund eines Gerätefehlers einen Schock verpasst bekomme. Dieses ist durchaus möglich und trifft einen aus heiterem Himmel. Aus Erfahrungsberichten weiß ich, dass dies alles andere als lustig ist. Also, als ich zurzeit wieder eine Panikattacke bekam, ist meine Tochter auf mich zugekommen und hat mir gesagt, Papa, das Gerät ist doch dafür da, dass dir nichts passiert und du uns erhalten bleibst. Du wirst deine Angst sicherlich bald überwinden. Ich glaube fest an dich. Was soll ich sagen? Es hat mir einen Schock versetzt im positiven Sinne. Seit dem Wort meiner Tochter steigt meine Gemütskurve steil nach oben. Ein schöneres vorgezogenes Geschenk zum Vatertag kann sich ein Vater nicht wünschen. In diesem Sinne macht weiter so und bleibt weiterhin treu. Liebe Grüße, eure Cousine Marcus. Ja, manchmal sind es die Kinder, die einen einfach erinnern, dass man auch das Ganze vielleicht positiv sehen kann. Ja, und einem dann vielleicht auch entsprechend Halt geben. Ja. Und dann weiß man für den Moment wieder, warum man Kinder hat. Ja. Absolut. Ja. Völlig richtig. So, salü ihr Wämser, schreibt Stefan. Ich verzichte mal auf die üblichen Lobguteleien. Einfach danke. Jetzt sehe ich mich aber motiviert, euch mal zu widersprechen. Das ist schön. In Folge 236 zum Thema Sterben zitiert ihr, dem Tod gehört schon das Leben, das hinter uns liegt. Das sehe ich gänzlich anders. Und uns, beziehungsweise unseren Lebensbegleitern gehört das bereits gelebte Leben. Sind es nicht die Erinnerungen an unser Leben, Momente im Leben, die uns in den Erinnerungen unsterblich machen? Erst wenn sich niemand mehr an unser Leben erinnert, abgesehen natürlich von der physischen Form, sterben wir gänzlich. Mir widerstrebt daher die Sicht, dass dem Tod unser Leben gehört. Mein Leben gehört mir und meinem Lebensbegleitern. Der Tod kann sich hinten in die Schlange stellen. Beste Grüße, Stefan. Ja, Stefan, ich glaube, das ist eigentlich ein Missverständnis. Also ich glaube, dem Tod gehört die Lebenszeit, die Abgelaufene. Deine Erinnerungen natürlich nicht. Sondern ich meinte das mehr in Bezug auf die Zeit. Oder wie siehst du es? Ich glaube, da kann jeder seine eigene Einstellung zu haben. Als ich im Hotel Matze war, hat er mich gefragt, was soll nach deinem Tod von dir bleiben? Und da habe ich gesagt, nichts, gar nichts, null. Ich möchte vergessen werden. Und das ist meine persönliche Einstellung. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, ich möchte in dem angedenken, meine Lieben sollen, wenn sie an mich denken, nochmal ein wehmütiges Grinsen im Gesicht haben. Das kann ich alles verstehen. Ich glaube, das ist Einstellung. Also ich persönlich tendiere eher zu dem Zitat, was du aus diesem Trailer von Sterben gesagt hast. Das liegt hinter uns. Jetzt könnte der ein oder andere ja anmerken, oh, das ist aber sehr pessimistisch. Ich glaube, im Gegenteil, dass es sehr optimistisch ist, weil alles, was hinter uns liegt im Leben, ist weg. Das ist vergangen. Eigentlich spielt das keine Rolle mehr, weil die Richtung, die du gehst, ist ja nach vorne. Und was hinten ist, man kann daraus lernen, aus dem, was man hatte, aber das Leben, und da wird es ja vielleicht eine mathematische Gleichung auch, das Leben liegt vor dir. Also muss das, was hinter dir liegt, ja im logischen Fall das Gegenteil sein. Das ist schon abgelaufen. Und ich empfinde das als so positiv, weil ich sage, ja, ist egal, was vorher war, ich muss jetzt das Leben, was auf mich zukommt, möglichst gut gestalten für mich. Ja, insofern scheint mir das logisch zu sein, dass das Leben, was wir schon verbraucht haben, dass das dem Tod gehört. Das hat er schon. Wenn Stefan das anders sieht, kann ich das gut verstehen. Ja, also ich sehe das tatsächlich auf, die Lebenszeit ist weg. Ja. Die ist einfach weg. Ja, und das ist doch eine Gleichung, oder nicht? Ja, und die Erinnerung, klar, die habe ich auch, die können auch andere haben, ist auch völlig in Ordnung, aber die Zeit ist unwiderruflich weg. Und die Erinnerung bleibt, aber du kannst es ja nicht mehr verändern. Es ist nicht mehr korrigierbar letztendlich. Genau. Und das ist das Entscheidende und deswegen gehört das schon nicht mehr zum, diese Lebenszeit steht uns nicht mehr zur Verfügung, die gehört nicht mehr, die ist weg. Da hast du keinen Zugriff mehr drauf, also gehört sie schon dem Tod. Ja, und so sehe ich das. Aber Stefan, ich fühle mich nicht auf den Schlips getreten, ich kann total verstehen, was du sagst. Und ich sitze da auch manchmal so wie spät Nachmittag hier immer am Meer und erinnere mich an viele, viele schöne Sachen. Ja. Und trotzdem sind sie weg. Ja. Ja, naja. Ja, genau das ist es. Das ist ja immer das, wo mich, ich habe mich noch nie mit Henning, ging es darum eben halt, ob ich, Henning fragte mich, ob ich traurig darüber wäre. Dass du schon so alt bist. Ja, sozusagen, dass ich, dass so von Till und Obel nichts übrig ist, außer der, also außer dem vielleicht Museumseintrag, Erfinder der neuen deutschen Comedy, Zitat Atze Schröder, und ob mich das nicht stören würde. Ja, was soll ich dazu sagen, das ist weg, Punkt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist ein Eintrag im Geschichtsbuch, was soll ich dazu machen? Also, du erinnerst dich an einige Sachen besonders gerne? Ja. Aber es sind ja auch Erinnerungen, ne? Man sagt ja mal, ich lebe mit Erinnerungen, nicht mit Träumen. Aber das, was zu tun ist, liegt noch vor dir, ne? Ja, und ich würde tatsächlich nie aus nostalgischen Günden das nochmal machen wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, sondern, ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre, dass ich vielleicht, also, weil kommt ja dann auch mal die Frage, was ist eine Reunion, ne? Ich glaube, ich würde es nur machen, wenn beide das wirklich wollten und auch Spaß daran hätten und das glaubhaft darstellen könnten. Ich glaube, du hast ja ein wichtiges Wort gesagt, den Spaß. Ja, also, wenn ihr beide denken würdet, den Spaß gönnen wir uns jetzt nochmal, da haben wir so einen Bock drauf. Ja, da müsste man es ja schon fast machen. Genau, und ansonsten ist das einfach weg. Passé. Gelebt, fertig, aus, weg. Kann ich, und das ist, ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es A, nicht ändern und B, gefällt mir das aktuelle Leben einfach saugut. Ey, das ist doch das Schönste, was man sagen kann, ne? Ja. Du hast schöne Erinnerungen, aber was gerade ist, und mein Vater hat, du erinnerst dich, hat ja immer gesagt, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Ja, genau. Und so sollte man in die Welt schreiten, ja, aber ich kann ihn verstehen, das, an einigen Erinnerungen hänge ich auch ganz schön und manchmal werde ich jetzt sogar wehmütig und denke mir, ach, mein Gott, war das eine tolle Zeit und das wird auf keinen Fall mehr kommen. Und dann, Optimist, der ich ja fast pathologisch bin, denke ich immer, bah, und jetzt kommt es noch besser. Ja, und jetzt bist du beim Traumschiff und sitzt in Miami und es ist alles schon wieder zu schön, um wahr zu sein, oder? Ja, wie war das denn noch bei Udo Lindbergh? Glaubst du denn, dass die Frau, mit der du zusammen bist, die einzig mögliche Dame auf dieser Welt für dich ist? Und so weiter, die fahren in Tokio U-Bahn und in Miami-Wassashi, die wehren bereits die Betten an für deine Figur Cherie. Nun nimm das mal nicht so tragisch, mein Sohn, die anderen Mädels, die warten noch schon. Peter Herbolsheimer, ach du Scheiße. So, weiter. Ja, ich versuche auch, abschließend, also ich war am Wochenende auch mit meiner Freund Münster, wir wurden außer Haus geschickt von unserem Kind, was feiern wollte. Ja, welches Kind? Und, äh, die jetzt 19 geworden ist. Ja. Die Studentin. Die Führerschein, ja, genau, die hat einfach gesagt, ich will euch hier nicht haben, ihr ruft um 12 Uhr an, das reicht mir. Äh, und artige Eltern, wie wir sind, hab ich gesagt, ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Und, äh, äh, find ich sogar richtig gut, weil ich möchte einfach auch nicht, äh, auf der Party meiner Tochter rumlungern. Ich will das nicht. Ich hätt's auch nicht gewollt. Nein. Weißt du, was ich meine? Und diese ganzen Leute, diese ganzen Mutis und Papis, die mir erzählen, ja, und dann sind wir noch ein bisschen bei den jungen Leuten dazugestoßen, wo ich denke, ey, sag mal, seid ihr bescheuert? Ja. Schämt ihr euch nicht? Ja. Verpisst euch da, Felix, ey, lasst doch die Kinder in Ruhe, lasst doch die Jugendlichen. In Ruhe, lasst müsst ihr euer altes Fleisch dahin bewegen. Oh Gott, die Muddys, die dann sagen, ja, meine Tochter und ich, wir verstehen uns so gut, wir sind Freundinnen. Oh. Abfühlen, abfühlen, abfühlen. Ja, also, was haben wir gemacht? Artig, wie wir sind. Ja, habt ihr euch verbisst. Ja, sind wir nach, ja, sind wir nach Münster gefahren, herrlich, Atlantic Hotel, super Zimmer, super Stimmung, äh, schön eingestellt. Eingelötet, schön durch die Stadt gegangen, schön flaniert. Wo war der Kleine? Äh, beim Kumpel gepennt, wie sich das auch gehört. Ach so, ja, also nicht in der Besenkammer eingesperrt. Nein, nein, nein. Ordnungsgemäß beim Kumpel, er hatte auch Spaß. Er hatte auch Spaß. Guck mal, jetzt hatten alle vier Spaß, ist das nicht geil? Ja, und wie ich da so mit meiner Frau durch Münster flaniert bin und Arm in Arm, Küsschen hier, Küsschen da, lecker essen und ein Champagnerchen und dann noch in der Lobby sitzen und mit dem Typen, der dir entfernet macht, quatschen. Und was ist denn hier los und sowas alles. Ah, da habe ich doch gedacht, ja, Leben jetzt hier heute lieben, leben, geil. Lieben, oder? Ja. Lieben, leben, geil. 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 Deine Biografie. Hier schreibt uns Cousine Anita, sehr, sehr lang, aber ich versuche mal die Essenz rauszufiltern. Liebe Chefcousinen, euer Podcast begleitet mich seit Jahren, bereichert mein Leben. Euer Timing, was die Relevanz für bestimmte Themen in meiner aktuellen Situation angeht, ist bemerkenswert. Ja, Komiker und Timing, das ist das Wichtigste. Erst spricht ihr neulich über Altersunterschiede in Beziehungen, jetzt über das Thema Sterben. Mein Vater ist vor kurzem mit 86 Jahren verstorben. Jetzt schreibt sie, mein Vater war mehrfach traumatisiert und zugleich der diesseitigste und lebenshungrigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich glaube, mir vorstellen zu können, wie seine Antwort gelautet hätte, aber da bitte wohl jeder seine eigene Antwort geben, so verschieden, wie wir sind. Also ob man mehr Angst vor dem Leben oder mehr Angst vor dem Sterben hat. Wenn es um zivilisiertes Verhalten im Angesicht des Todes geht, hat unsere Familie übrigens von überall her so viel erhalten, dass wir einfach nur dankbar sind. Was mich dieser Tage sehr beschäftigt, dass ich immer noch das intensive Gefühl habe, dass mein Vater immer noch da ist und Kontakt zu mir hat. So etwas habe ich mir früher nie vorstellen können, geschweige denn erwartet. Es ist aber sehr tröstlich. Habt ihr oder hat jemand in eurem Umfeld schon einmal das Gefühl gehabt, dass jemand Verstorbenes noch da ist? Ich hatte das Gefühl, dass es bei mir eine rein mentale Selbstschutzreaktion ist, bis mir andere Personen gesagt haben, sie hätten sowas auch schon erlebt. Bis hin zum Erfahren von Dingen, die so unmöglich wissen konnten. Ihr möchtet kein esoterisches oder religiöses Fass aufmachen, sondern einfach mal hören, ob das ein verbreitetes Phänomen ist. Der Tod ist so ein Tabuthema zu Unrecht, denn die Bewältigung von Trauer ist früher oder später für uns alle wichtig. In diesem Sinne, danke für euer wunderbares Wirken, eure Cousine Anita. Ja, Anita. Ja? Hab ich auch erlebt. Hab ich hier schon mal erzählt? Ja. Kann ich relativ kurz machen? Ja, erzähl es doch mal, genau. Ich habe 1995 aufgehört, mit meinem Vater Kontakt zu haben. Hab ihn dann auch nie wieder gesehen. Ja. Und eines schönen Tages vor einem, ich glaube vor 13, ungefähr vor 10 Jahren, gehe ich in die Stadt mit meinem Sohn und bin einfach, weil die so schön sonnig war und die Tür zur Kirche aufstand, bin ich in diese Kirche gegangen, obwohl ich gar nicht Mitglied der Kirche bin und auch sonst nicht in die Kirche gehe. Aber ich bin da einfach reingegangen mit meinem Sohn auf den Arm und hab da, weil ich dachte, was mach ich denn jetzt hier, hab ich einfach zwei Kerzen angezündet, einen Euro da in den Opferstock geworfen. Und weil ich dachte, oh Gott, das Kind, das denkt ja bestimmt auch, warum mach ich das? Oder hab ich gedacht, naja, gut, das Einzige, was ich kann, ist das Vaterunserbeten. Das hab ich dann auch gemacht. Tatsächlich bin rausgegangen und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum ich das gemacht habe. Ja. Aber dann ging mein Telefon, mein Bruder war dran. Ach, das Detail hatte ich vergessen. Ja, und hat mir dann gesagt, dass mein Vater in der Nacht gestorben ist. Ich wusste nicht, dass es dein Bruder war. Ja, interessant. Ja, das ist eben halt genau so eine Story. Nicht, dass er noch bei mir ist, aber die Verbindung. Ja, ja. Also, dass da irgendetwas ist, das ich gespürt habe, dass ich da reingeben muss, wenn der Vater stirbt, auch ein Vaterunser zu beten, ist natürlich auch krass, dass jemand, der zu seinem Vater so ein schwieriges Verhältnis hat, auch noch mit seinem Sohn, der mit meinem letzten Sohn sozusagen auf dem Arm da reingeht. Das sind schon echt viele Zufälle. Und ich glaube einfach auch da an irgendeine Art Verbundenheit, an irgendeine Art Draht der höheren Ordnung, was auch immer. Ja, ja. Wie würdest du, hast du das Gefühl, du hast ja den Tod deines Vaters sehr deutlich beschrieben in Blauäugig, deiner Biografie. Hast du das Gefühl, du warst zur rechten Zeit am rechten Ort? Ja, mehr ging ja nicht. Ich war ja genau in dem Moment, wo er gestorben ist, war ich ja zufällig da. Und das hat mich auch dazu verleitet anzunehmen, ich müsste gar nicht trauern, weil ich mich, ich habe mich ja quasi verabschiedet. Wir haben uns ja die Hand gegeben und dann ist er in den Sessel gesackt und war dahin. Und jetzt muss man bei dir ja wirklich sagen, mein Gott, du warst so viel unterwegs, es grenzt schon wirklich an ein Wunder, dass du ausgerechnet da, da warst. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, es war ein kleines Wunder, dass ich da war. Stimmt. Mein Vater lebt ja dadurch weiter, dass ich mein halbes Leben durch seine Sprüche bestreite. Ja, absolut. Es ist wirklich unfassbar, meine Perle verdreht manchmal natürlich schon die Augen, wenn ich wieder was von meinem, habe ich heute Morgen beim Frühstück noch von meinem Vater wieder erzählt. Und er hatte ja für jede Lebenslage, egal was passierte, ob einer aus dem Baum fiel oder ein Fahrrad abgestellt wurde, der hatte einen passenden Schlager oder einen passenden Spruch dazu. Ja. Und heute Morgen habe ich halt davon erzählt, dass mein Vater, also über Jahrzehnte, wir Kinder kannten das gar nicht anders, wenn so sonntags die Suppe gegessen wurde, es landete immer was davon bei ihm auf dem Hemd. Und wenn wir irgendwo im Restaurant waren, landete was auf der Hose, immer und wirklich über Jahrzehnte, wir konnten uns drauf verlassen. Und jedes Mal tat mein Vater so, als wäre das noch nie passiert. Das gibt es doch gar nicht. Und dann so Vergleiche, da kann man Raketen zum Mond schießen, aber jemandem einen Löffel anbieten, der nicht draufste. Habe ich heute Morgen, ist mir auch was aufs T-Shirt getrunken. Das gibt es doch gar nicht. Also automatisch. Ja. Das ist aber auch wirklich, das finde ich sehr lustig. Ja und insofern ist er immer präsent und, wie ich es auch in der Biografie geschrieben habe, ich dachte ja immer, meine Mutter wäre nicht so der Star gewesen. Aber von der erzähle ich halt auch immer. Da sind wir dann wieder bei Stefan. Und dann bleibt dann doch was. Ja. Aber deswegen, Erinnerungen, wir müssen uns Erinnerungen schaffen und nicht von Träumen leben. Ja und wie gesagt, Anita, du siehst also, ich glaube, dass das in irgendeiner Weise, wenn man vielleicht manchmal, muss man auch direkt nochmal vielleicht nachdenken, ob immer alles so normal war. Manchmal übersieht man die Dinge auch, glaube ich. Ja, ich kann noch einen Beitrag leisten. Vielleicht ist das tatsächlich, ich kann es mir auch schon fast gar nicht anders mehr erklären als esoterisch. Ja. Ich will nicht auf die Wurst hauen und du kennst mich lange genug, dass du weißt, wie ich das meine. Absolut. Ich habe so ein schönes Leben, ich habe so ein wunderbares Leben und habe mindestens hundertmal mehr gekriegt, als ich erwartet habe. Und ich kann mir das teilweise, ich bin ja jetzt auch kein riesen Talent, ich kann mir das teilweise nur noch so erklären, dass es irgendjemand ziemlich gut mit mir meint. Das Schicksal oder der liebe Gott oder, was weiß ich, Manitou, ganz egal, sucht euch einen aus, kreuzt einen an. Ich glaube auch, dass du ein höheres Experiment bist. Ja, irgendwie scheint die Galaxie irgendwas Besonderes mit mir vorzuhaben. Ich kann es mir nicht mehr anders erklären. Ich finde das sehr witzig, dass du das sagst, weil die Ronny Wood Biografie, die heißt Somebody up, der likes me. Ja, oh, da muss ich die lesen. Ja, sehen kannst du die, eine Arte Mediathek. Ja. Die ist auch, die ist auch. Okay, schreibe ich mir auf. Sehr, sehr erfrischend. Also wenn ich Arte Mediathek Ronny Wood eingebe, dann kommt sie wahrscheinlich, ne? Somebody up, der likes me. Und er spricht auch sehr, sehr unkompliziert über seine Alkoholsucht, über seine Crack-Sucht, über seine Freebase-Zeiten. Und ja, sehr ernüchternd sogar auch. Und schüttelt eigentlich selber den Kopf und sagt, ich habe keine Ahnung, aber irgendeiner da oben muss mich wirklich mögen. Hat ja auch nur noch eine halbe Lunge und was weiß ich nicht nur alles. Ja, wie alt ist der Knopf? Er ist ein guter, er ist auch schon Mitte 70. Ah ja. Und ist ja auch sehr beliebt, Damien Hirst und solche Leute kommen da zu Wort. Also sehr erfrischend, kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, gute Idee. Und ich glaube, der Titel passt eben halt, das fiel mir gerade so ein. Entschuldige. Ja, ja, nee, absolut. Wie die Forst aufs Auge, ich muss das sehen. Ja, ja. Das könnte auch die Überschrift bei mir sein. Wahnsinn. Ja. Ja. Und insofern, ja, muss ich auch sagen, da ist was Unerklärliches, wie aus so einem Hooligan und Terroristen was werden konnte. Mein Alter würde nur den Kopf schütteln und sagen, es ist einfach ungerecht. Ja. Apropos ungerecht. Apropos ungerecht. Ihr schreibt uns. Mach's kurz, mach's kurz. Ihr schreibt uns Cousine Ulf. Ja. Moin ihr Spitzflöten. In jeder Folge kriegt. Das ist auch ein geiler Ausdruck, ne? Vielleicht sogar Programmtitel. Ja, oder Formtitel, ja. Moin ihr Spitzflöten. Moin ihr Spitzflöten, sehr gut. Kriegt Atze von dir ein Lorbeerkranz und du reitest nebenher wie Sancho Panzer. Warum wäre das höchste Zeit, dass du auch mal eine würdige Begrüßung kriegst und weil Atze dir keine schreibt, hab ich's gemacht. So. So. Meine Damen und Herren. Ach so, müsste ich die dann nicht lesen? Äh, ja. Ja, dann bitte. Warte. Ich such sie mir raus. So, hallo, hallo, hallo. Begrüßung. So, also, wie gesagt, ist nicht von mir geschrieben, die hat Herr Ulf geschrieben. Und deswegen lese ich sie jetzt vor, weil damit Tildien nicht zu kurz kommt. Meine Damen und Herren, der Feuerwehrmusiker Schrecken. Der Feuermusiker Komma Schrecken. Meine Damen und Herren, der Feuermusiker Schrecken, der Filzünder der Paganini, die Orgel unter den Flachpfeifen, der Mozart mit der Zauberflöte, die zärtliche Violine im Panikorchester, die Mondscheinsonate der Fußballromantik, Atzes Wish You Were Here, der Podcast-Paparotti, der Hecht im Schwansee, der Regensburger Domspatz im Sturzflug, Dirigent, der abendlichen Ritsche Ratsche Polka im Home Sweet Home, der Karajan der Komiker, der Mann für den Händel, das Halleluja komponierte. Freude, schöner Götterfunken, begrüßen Sie alle mit mir, wonnetrunken, Till, Edward Hoheneder. Nimmst du die Beförderung an? Viele Grüße aus der Begrüßungs-Privatambulanz. Spitzflöte. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Leute, ich finde das total, schreibt das alles ruhig, es amüsiert mich, weil so ein Podcast hat einfach Regeln und ist immer auch eine Komposition und es macht keinen Sinn und die Komposition ist genau, dass ich genau diesen Scheiß mache und Atze eben nicht, das ist ein Teil der Komposition. Oh, Komposition, das ist eine Besetzung und da darf man nicht vom Schema abweichen, Leute, das ist nicht gut. Till, jetzt schnell Musik, uns läuft die Zeit weg. Für mich ist es ganz klar, ich nehme... Genau, ganz klar sagen und noch gar nicht wissen, was man möchte. Warte, ich verschaffe dir Zeit, ich verschaffe dir Zeit. Hatte ich auch gelesen. Sie können mit der Geige aber nicht gut umgehen. Das ist ein Akkordeon. Oh, mit Kritik also auch nicht. Habe ich hier schon den Witz erzählt, wie Jesus übers Wasser geht und sich zwei Typen am Rand unterhalten und sagen, ja, gucken ihn dir an und schwimmen kann er auch nicht. Ja, 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 ja. Ja, ich nehme Goldener Reiter von Joachim Witt. Ey, und du wirst... Super Nummer. Super Nummer. Du wirst jetzt ein Salto rückwärts machen, weil mein Titel klingt so ähnlich. Nein. Und ich habe ihn eben gerade erst rausgesucht, weil sich unser Gespräch dahin bewegt hat. Ja, ey, jetzt... Du hast den goldenen Reiter von Joachim Witt. Joachim Witt, den Hamburger Tausendsasser, der auch dann später noch gemacht hat. Das ist ja Klaus von der Bundesbahn, ne? Klaus, kennst du den Song? Nein, 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 war er das? Das ist der blonde Hans von der Reeperbahn? Ja, sowas, ne? Ich habe keine Ahnung. Das war er auch. Ich kenne nur von ihm nur Tritratrullala. Ich bin euer Herbergsvater. Ich bin euer Herbergsvater. Und sage... Die Flut. Ich bin euer Herbergsvater. Und sage... Ja. Ja, dann weiß ich ja schon... Ach, warte, vielleicht schwenke ich... Nee, nee, nee. Ich nehme diesmal nämlich das. Ich weiß aber schon den Titel für nächste Woche. Sehr gut. So, bitteschön. So, ich nehme nämlich Gold Digger. Aha. Also Gold Schürfer von Kanye West. Ja. Und jetzt kommt's. Featuring Jamie Foxx. Bäh. Bäh. Ne? Gold Digger, Goldener Reiter. Leute, oder haben wir das wieder? 2005 Gold Digger. Das ist doch nicht abgesprochen, sowas. Nein. Featuring Jamie Foxx und... Gold. Ja, Gold. Always believe in that soul. Und es ist ein Sample drin und passt ja dann auch schon fast wieder. Von Ray Charles' I Got a Woman. Also unbedingt mal reinhören. Auch für Menschen, die vor 98 geboren sind. Ich habe Ray Charles live gesehen in der Westfalenhalle. Das kann mir keiner mehr nehmen. Das war wirklich einer der beschissensten Auftritte, die ich je gesehen habe. Das kann dir der Tod nicht mehr nehmen. Nee. Die 90 Mark, die damals ein Vermögen für einen Zivildienstleistenden waren. Für 50 Minuten Ray Charles. Jamie Foxx macht das alles wieder gut. Ja, genau. Ich will nicht nachkarten, Ray. Alles gut. Ja. Ja, Atze. Dann, das war ja alles schon wieder zu schön, um wahr zu sein. Ja, ja. Du Spitzflöte. Ich gehe mal wieder... Grüß mir Miami. Ja, ja. Geh mal wieder in die Kühlung. Ja, da wird gleich schon wieder der Teufel los sein. Meine Fresse, ey. Oder oben an den sogenannten Pool. Wobei es ja eigentlich nur so ein Abklingenbecken ist. Für die größten Erektionen. Ich weiß, was ich jetzt machen würde. Was denn? Ich würde wahrscheinlich mit Socken, Adiletten und noch ein extra Kissen unter dem T-Shirt, um einen auf richtig fett zu machen. Und mit einer Pfeife. Und ich würde so ein grünes Plastikkrokodil hinter mir herziehen. An so einer Leine. Ich bin davon überzeugt, dass das wirklich... Mit einer Kanne Bier in der Hand. Der Gipfel der Coolness gewertet wird da oben. Und würde dazu singen, wenn ich um den Pool gehe, I'm just a gigolo. Ja, oder... Aber als Helmut Kohl. Ja, genau. Wahrweise auch Ola Paloma Blanca oder... Schnieschner, Schnappi, das kleine Krokodil. Ja, und dann würde ich sagen, sind die Typen doch wohl alle abgemeldet dann da, oder? Ja, ja, ja. Da habe ich eben einen... Ich habe mein Konzept hier gefunden. Ich bin der Atze. Nice to meet you. Ja. Und das als Veganer. Ich glaube, wie wir es mal nehmen. Ja, natürlich. In dem Sinne. Ja. Küssi Böhre. Ja. Leck den Speck. Oder ein Zauberfuchs. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschau. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Untertitelung des ZDF, 2020